Ja, ich habe eure hunderten Kommentare gelesen und es geht endlich weiter mit Animal Crossing. Ne, aber mal im Ernst, ein riesen Dankeschön für das unglaubliche Feedback auf die erste Folge. Wenn das so bleibt, geht das Projekt natürlich weiter. Von Tag 11 bis 13 war meine Freundin mit am Start. Oh, guck mal, wer da ist. Hallo. Hör, der Laden wird direkt umgebaut. Der steht seit gefühlt zwei Tagen und die haben gesagt, die bauen den Laden um. Und das Servercenter wird gebaut. Also, das ist ja Tag 11, geht ja richtig krass los. Oh. Ich hab Post gekriegt. Ach du Scheiße. Oh stimmt, mein Haus ist gewachsen, ich hab ein zweites Zimmer. Und nochmal Rang B für irgendwas. Vielleicht schmeckt dir inzwischen sogar Brokkoli. Brokkoli ist super. Ich glaube, Flora flirtet mit mir. Bitte, das muss ich erst mal mir hier angucken. Lad mich mal ein, damit ich das Design checken kann. Und so, und so, ne? Und so. Ja, ja, und so. Ich weiß schon, ja, ja, okay. Der ist Serenada. Oh, das ist die Traumtante. Du kannst sie nicht fangen anscheinend. Du kannst sie nur tönen. Oh, wie eklig. Und der freut sich einfach. Der ist Serenada. Ach, der kriegt dir extra ein Bett dafür. Ja, da kannst du jetzt träumen und Städte besuchen, glaube ich. Das ist gleich eine Runde schlafen. Was zur Hölle? Ich mach das jetzt einfach mal. Was ist das? Der berühmte Schneile, ja. Herz für mich. Veräppeln sie mich. Hä, ich hab doch online. Willst du mich verarschen? Ja gut, Serenada, dann verpiss dich mal bitte wieder. Aber was ist denn jetzt der Kuchen von Mama hier? Oh, wie schön der aussieht. Platzieren. Kann ich mich draufsetzen? Ich ess ihn jetzt einfach mal. Ja, okay, es wirkt wie ein Apfel wahrscheinlich, ne? Oh, wie fünf Äpfel. Oh, das ist ein Zehntausender Sterni-Baum. Guck dir Bodo an. Dieser tote Blick einfach. Weißt du, wie er guckt? Das ist so, wenn der Zahnarzt sagt, so, ja, Moment, jetzt könnte es ganz kurz wehtun. Und er hat so, aha. Und dann sagt der Zahnarzt, ja, ich hab ihre Mutter gefickt. Und dann guckt er so. Oh, jemand kommt zum Besuch. Das ist normal, dass ich mich nicht bewegen kann? Ja, du hast gelähmt. Cool, cool. Die kreative Blume-Merle kommt von Abflugort Una. Das ist doch ein Scheißnaus. Tut mir leid. Hä, warum? Ist dir nichts Pesseres eingefallen? Was hast du gegen Una? Hey, Una ist wohl so ein Inselname. Was ist mit dir los? Entschuldigung. Hallöchen. Guck mich an, ich bin Türsteher. Was ist zum Fake? Was machst du da? Ich hab Geschenke für dich. Das. Und das hab ich für dich auch eingepackt. Eine Hantelbank. Oh. Ne, die hab ich noch nicht. Ich hab einen Langhantel nämlich. Das war ja der Running Gag im letzten Video, dass ich dreimal die Anleitung zur Langhantel gekriegt hab. Aber Hantelbank hab ich noch nicht. Auspacken. Eine Röhre. Hä? Oh, wie süß. Was? Die wollte ich dir nicht geben. Oh, ich hab alles verkackt, was ich wollte. Ja, Börn und Äpfel hab ich. Und Orangen und Kirsiche hab ich. Und Kirschen. Kirschen. Danke. Hallo. Ich messer dich. Schön. Eier saftig. Ich hab schon hier 14.000 Meilen. Das ist halt richtig ordentlich. Ich angel ein bisschen, ja. Ich wurde ein paar Mal gefragt, wie ich das gemacht hab, dass ich keinen Fisch entgehen lass. Ich hör einfach nur den Sound. Also ich guck einfach nicht hin. Oh. Komm mal zu mir. Du angelst einen verkackten Fisch hier. Das tut mir jetzt leid. Wahrscheinlich sieht man den Fisch, bevor man dich sieht. Ist das doch nicht dein Ernst? Willst du mich verarschen? Du angelst einen Fisch? Ey, das ist wahrscheinlich der seltenste Fisch im ganzen Spiel. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Oh mein Gott, ich will die Anlage haben. Bitte sei nicht zu teuer, bitte sei nicht zu... 10.000, okay. Nämlich. Bist du der Bastelboss? Bist du der Bastelboss? Ich glaube, ich bin der Bastelboss. Kid. Oh, die ist cool. Guck mal. Terrakottaboden, der sieht auch ganz neig aus aus. Komm. Heute gönne ich mal richtig. Oh, ich hab nur einen Fisch. Oh, wie süß da aus. Mann, was fängst du denn hier alles? Das ist meine Insel. Was ist das? Oh mein Gott, das sieht so süß aus. Ein Randschuf. Ist das eine Entwicklung von Ratschuf? Rudi, ich gönne dir, ich gönne dir einen Stein. Hier, nimm den Stein. Oh, wie das ist ja nett. Ein Stein. Also du ein Rochen angelst. Ja, es freut mich wirklich für dich. Also cool. Schön. Nein, ich kann aber die Flaschen passend nicht auflegen. Öffne sie. Ja, ein Gong. Ach, ein Gong. Ich weiß nicht, dass es mir einen Gong herstellt. Weißt du, wie man auch einen Gong macht? Wenn man die Glocke aktiviert. Oh Mann. Oh Mann. Oh, ich bin reich. Dankeschön. Gerne schön. Oh mein Gott. Brie, wer bist du denn? Eine Zikadenlarvenhaut. Das geht richtig ekelhaft. Oh, oh Baby, da kommt gefährlich. Hast du Dory gefangen? Ich hab Dory gefangen. Also deine Insel macht sich echt gut für Fische, ne? Ich sag's, wie sie ist. Weiß nicht. Was krieg ich? Ich krieg nur Makrele. Oh, meine Auge ist kaputt. Warte mal, was? Als kleiner Waschbär habe ich auch schon immer abgestreifte Larvenhäute von Zikaden gesammelt. Man kann nichts damit anfangen, aber es gehört zum Sommer einfach dazu. Ja, ja. Was? Alles gut bei dir? Ist das irgendwie eine mega seltene Käfer, die ich hier gefunden habe? Oder soll ich eine Runde schlafen? Digga, du sollst trainieren, du Larvenalter. Schlafen klingt gut. Ich ruh mich nur aus. Halt deine Fresse, du sollst pumpen. Was, ein Beta. Wie, bist du gleich bei meinem letzten Fisch dabei? Am hundertsten Fisch? Ja, aber du bist ja nicht. Oh, oh, die Schmur, da kriegt die am hundertsten Fisch. Ich glaube, ich kaufe noch bei Tina jetzt einen. Ein Anorak. Ja, der Anorak sieht gut aus. Danke. Ich kaufe dir die Safari-Hose einfach noch. Schwimmerkappe, die nehme ich mir auch noch. Hör auf damit. Die Laborbrille ist auch noch ganz cool. Eine Viertelmillion habe ich jetzt noch übrig. Was ist ein Look von Gestaltungskit? Kannst du denn Look von Gestaltung aussehen, wie es aussieht? Das ist so nötig. Egal, ich kaufe es trotzdem. Was ist eine Auberginenkuh? Was soll das? Und wieso brauche ich das unbedingt? Ich kann keine Bestellung aufgeben. Mann, wollt du mich eigentlich verarschen? Wir sind jetzt dabei, wie Merle ihren hundertsten Fisch fängt. In einer Streak. Fühlst du dich ready, ja? Ich fühle mich ready. Wenn du das jetzt verkackst, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie ist... Das hat zwar ein bisschen gedauert, aber du hast sie ihn. Ein Paletten Dr. Fisch. Dory, Dory ist mein hundertster Fisch. Merle hat es einfach geschafft. Oh, wie sehe ich aus? Fresh. Fresh. Wie sieht der Anorak aus? Yo, ich sehe ja ultra sick aus. Jetzt sehe ich ja wahnsinnig gut aus. Die Mona zieht also ab. Wir warten auf den Flug. Ah, der Flug ist dann perfekt. Hallo, wach auf. Ich kann nicht gehen. Du musst. Ich kann nicht. Du musst. Ich kann nicht. Wir sehen uns doch bald wieder. Sag mal, hör auf. Geh jetzt. Nachdem Merle weg war, konnte ich meine Funde abgeben und habe noch ein paar Fische geangelt. Yes, ich habe auch einen Rochen. Am zwölften Tag wurde leider Nuxladen und das Service Center umgebaut, weshalb ich nicht wirklich etwas zu tun hatte. Simon ist außerdem auf die Insel gezogen und ich konnte zwei Quelljungen von fangen, welche scheinbar relativ wertvoll sind. Warte mal, was ist das denn? Ein Schlangenkopf. Was ist das? Hör, das sieht eklig aus. Ach ja, es war Sonntag und somit Zeit für meine Spielsucht. Ich habe 500 Rüben zum Preis von 101 Sternis gekauft, Gott vergib mir, und mein Haus mehr grob eingerichtet. Nachdem ich mir dann noch meine Handyhülle schwarz gefärbt habe, bin ich auf Merles Insel geflogen. Ein Flug nach Ona ist startklar. Abflug. Das ist ja einfach luxuriös. Hallo. Oh Mann, ey. Ich habe Geschenke für dich. Oh süß, zeig. Also erstmal habe ich ein Meilenticket für dich. Oh, dankeschön. Dann habe ich ein Geschenk eingepackt und noch eins. Oh süß, sogar ein Grün. Ein Quecoid. Ja. Ist er tot? Nee, ich kann es erst zu Hause platzieren. Ja, das ist cool, dankeschön. Und? Ein Bojoingoid. Cool. Ich habe dir extra. Das erste Mal habe ich das auch gemacht. Ich habe was zu essen gekocht. Oh mein Gott, mild. Okay, ich esse es. Jetzt kann ich wieder fünf Bäume auspflanzen. Ich habe auch ein Geschenk für dich, ja? Zwei sogar. Oh mein Gott, ein Nageldeko-Set. Ein Nageldeko-Set. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das hier. Das kannst du anziehen. Das ist bestimmt wirklich hässlich. Ja, ist nicht ganz so schön. Aber ich wollte es nicht haben, okay? Ich habe das in einem Geschenk gefunden. Ich habe das in einem Geschenk gefunden. Das ist voll schön. Tschüss. Danke, ich fühle mich geschmeichelt für dieses schöne Kreis. Oh süß. Komm her. Du machst mir jetzt eine Roomtour über deine Insel. Ja, sie ist noch nicht so ganz fertig, aber komm. Ja, überall diese Tannen hier. Ich mag es bäumig. Guck mal, sage ich in Blasen. Oh, sick. Eine Stinkwanze. Soll heißen, deine Blumen stinken. Bitte. Machen wir weiter. Oh, lässt du mich schon zu dir nach Hause? Ja. So, jetzt sind wir also schon. Ich habe da so eine Sammlung. Da oben ist noch eine Reihe, oder? Das ist krank. Guck mal, hier sind Kartoffeln. Geil, kann ich die pflücken? Na, ja. Oh mein Gott, ich habe auch zwei Kartoffeln. Wenn du willst, kannst du hier auf Weizen. Nein. Doch, mach doch. Die wachsen auch nach. Okay, einfach Hay Day geworden auf einmal. Hier hat einfach jemand seine Chips-Tüte liegen gelassen. Ja, komm, scheiß drauf. Ich kaufe einfach mal die edelste Tapete von allem. Oh, jo. Der Anglerhut. Ja, nimm mich sofort. Die Brille sieht aber mega geil aus. Das ist hässlich. Bibi, bitte. Oh, ich habe gedacht, ich kann die mir gerade noch leisten. Bibi, bitte nein. Du guckst jetzt erstmal in die Umkleide. Ich habe auch noch Geld. Ich kaufe mir die. Ey, wie sick sehe ich aus. Ich finde, so sehe ich eigentlich ganz geil aus. Nintendo, ich hasse euch. Zurück auf meiner Insel habe ich die Kartoffeln und das Weizen angepflanzt. Die Gyroids, welche man anscheinend so ausspricht, bevor ihr mich alle in den Kommentaren korrigiert, in meinem Haus platziert, noch etwas gegossen und zwei sehr interessante Fische geangelt. Was zum Fick? Du liebe Güte. Ein Wahler. Ah, das ist der, den du hattest. Oh, meine Angle ist kaputt. Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Du hast eine Schildkröte. Eine Weichschildkröte. Du hast eine Schildkröte. Ich habe aber eine Schildkröte geangelt. Und damit endete der zwölfte Tag. Wir kommen dem Meilenstein von 50.000 Abonnenten übrigens mit großen Schritten näher. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt sehr gerne tun. Ja, genau jetzt. Dann verpasst ihr auch sicher nicht mehr den nächsten Animal Crossing Part. Oh, mein Gott. Wer hat da drin? Dreh dich um. Wer hat da hinter dir? Okay, dein Laden wurde ausgebaut und das Service Center ist fertig. Oh, 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 oh. Ey, ich hab Melinda. Beste Leben. Ich habe mich das erste Mal in Nux vergrößertem Laden umgeschaut und mich nach dem Rübenpreis erkundigt, welcher an diesem Tag bei 69 lag. Finde ich witzig. Nachdem ich mein halbes Inventar verscherbelt habe, konnte ich auch wieder neuen Stuff kaufen. Außerdem kam Euphemia, die kleine Schwester von Eugen, vorbei und hat mich mit ihrem Astro-Scheiß zugelabert. Wieder ein Wahlhai, komm schon. Oder ein ganz neuer von mir aus auch. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Let's... Oh, mein Gott. Ein heikler Funk. Ich weiß nicht, ob der noch seltener ist, aber what the fuck. Irgendwie habe ich gerade Glück mit dem Angeln. Scheiße. Oh, Mann, ich finde das so schwer. Bei Rainer muss ich dann wieder darauf hoffen, nicht abgezockt zu werden. Okay, da erkennt man ja, dass das Fake ist. Rainer, du Drecksack. Was ist das denn? Eine Konfettimaschine? Oh, mein Gott, kauft ihr das. Ja, ähm, mein geschultes Auge sagt mir auf jeden Fall, dass das echt ist. Scheiß drauf, ich hasse Rainer irgendwie. Noch einmal, wenn ihr jetzt den Kanal abonniert. Yeah. Anschließend habe ich einen schnellen Durchgang durch das Museum gemacht und wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich schon in das Fangen von Insekten und Fischen investiert habe, fange ich an, daran zu zweifeln, ob es das wert war. Egal. Für den Top-Ankauf des Tages gab es heute nicht nur doppelt Cash, sondern auch 1000 Meilen in Form eines Achievements. Danach ging es endlich ins Service Center, wo ich mir am Automaten direkt die Kamera Pro App, die Designs Profi Edition Plus App und die New Super Ultra Special Edition Muster für eigene Designs Turbo Deluxe plus New Funky Modern Knuckles HD Remix App gekauft habe. Da ich mir zu dem Zeitpunkt immer noch mit Nugmalen den Arsch abfischen konnte, habe ich zusätzlich noch Folgendes gekauft. Taschentricks für Profis, wodurch meine Tasche jetzt 40 Plätze hatte, Deko-Profi Lizenz, womit ich Deckenlampen platzieren kann, die Hybi dann wieder abmontiert, hippe Emotionen, was 10 neue Emotionen sind, wer hätte es gedacht, neue Emotionen Sammlung, nochmal 10 neue Emotionen und die Anleitung für Gitter und Seilzaun. Das war es aber immer noch nicht, denn mit Sternis habe ich mir dann noch eine Weltkarte und einen neuen Tauchanzug bestellt. Die übrigen 50.000 habe ich dann in meinen Kredit gesteckt. Kurz darauf habe ich allen Ernstes nochmal einen Hai gefangen und da es schon nach 22 Uhr war, musste ich erstmals die Verkaufskiste nutzen. Danke übrigens an Sky-Joghurt für den Tipp mit den Wespennestern. Mit diesem Achievement endete Tag 13. Seit Tag 14 kommen die Inseldurchsagen von Melinda. Nepp hat mich angerufen, um mir mitzuteilen, dass ich 55.000 Sternis durch den Verkauf über die Verkaufskiste erhalten habe. Mit der Post kamen dann meine gestrigen Bestellungen und die Statue von Rainer an. Cool. Oh mein Gott, habe ich den schon? Nein! Ein Agrias-Falter, ey, nice. Oh ne, nicht der schon wieder. Gulliver ist erneut an meine Insel gestrandet, aber bevor ich ihm geholfen habe, habe ich einen weiteren neuen Schmetterling gefangen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, bleib hier, bleib hier, bleib hier, hallo? Yes! Ein Vogelfalter, ich weiß, der ist sau selten. Oh lol! Ey, das ist ja mal sau interessant. Das heißt, ich hätte einfach hier hochkommen können, bevor ich eine Leiter hatte. Danach ging es ins Museum, wo ich meine neuen Funde und die Statue von Rainer abgeben wollte. Allerdings... Nein, scheiße! Das ist ein Fälscherwerk. Ja, der Hund, Alter, hat mich abgezogen. Rainer, du bist ein dreckiger Hund, wirklich. Dann habe ich einen Käfer vor Rudi verjagt. Sorry, Bro. Digga, was ist das für eine Actionfigur da vorne? Nostalgie! Ja, nee, danke, ich bin nicht so ein Wrestling-Fan. Und das hier sieht nach Bubble Tea aus, in einem Cocktailglas. Ja, nämlich... Was zum... Was ist das? Ein Bio-Reaktor, natürlich. Ihr kennt es auch, wenn ihr im Tante-Emma-Laden um die Ecke einen Bio-Reaktor kauft. Wer kennt es nicht? 95.000! Mann, aber was bringt das? Der sieht irgendwie cool aus. Der sieht richtig cool aus. Irgendwie will ich das. Was ist denn der Rübenpreis? Ja, scheiße. Im Service-Land habe ich mich dann erstmals mit Nuck über die Infrastruktur Schneiders unterhalten. Am besten gefällt mir die hier, die hatte ich bei meiner alten Insel ganz oft verwendet. Die Japan-Brücke, natürlich auch ein Klassiker. Und in Rot halt auch. Ja, das ist nochmal ein bisschen schicker sogar. Ich würde sagen, ich gehe auf die Backstein-Brücke. Das ist halt jedes Mal 200.000. Alter, Alter, das ist echt viel Kohle. Na gut, bis dahin dauert es eh noch. Wie sieht es aus mit Aufgängen? Backstein ist es einfach. Das ist auch übel hässlich. Und die ist auch übel hässlich. Ja, save die hier, save die hier. Gut, also muss ich echt ein bisschen sparen darauf. Und bei Melinda Inselflagge und Inselmelodie geändert. So, natürlich gibt es dafür auch wieder Achievements. Wer hätte es gedacht? 500 und nochmal 500. Digga, einfach 1000 Meilen aufs Haus. Wie ein Schornstein. Mmh, oh, 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 das ist interessant. Das kann ich mir alles kaufen. Die sechs trendigsten Frisuren. Vielleicht ist da ja was dabei, was mir besser gefällt. Aber es gibt noch mehr Frisuren. Digga, okay, erstmal hier die Kunst des Bodypaintings. Und Augenfarben für Gewinner. Ich könnte mir jetzt hier die anderen Frisuren noch kaufen, aber ich bräuchte halt jeden Tag meine Zäune. Okay, aber die Feldsteinmauer habe ich schon. Was wiederum bedeutet, dass ich nur den Asienzaun brauche. Ja, natürlich fehlen mir jetzt 20 Meilen. Digga, 20. Digga, was ist dieses Gurkenpferd? Ich will es haben. Und der Bankautomat hat ja nochmal 50 Riesenhimmig. Wisst ihr was? Ist vielleicht mega dumm. Ja, safe ist es mega dumm. Aber ich hebe jetzt mein ganzes Geld ab, um mir den Bioreaktor zu kaufen. Alter, 95.000, ich bin so dumm, wirklich. Ach, übrigens, die Flagge sieht jetzt so aus, ne? Jetzt erst mal den Bioreaktor austesten. Bruder, was ist das? Was habe ich hier gekauft? Ich kann ihn an- und ausschalten, cool. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was das bringen soll, aber ich habe ihn jetzt. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Ich finde, es passt sehr gut zur Inneneinrichtung. Ich habe dann noch eine der täglichen Aufgaben abgeschlossen, um an die restlichen 20 Meilen zu kommen. Damit konnte ich mir auch die letzten Frisuren freischalten. Yo, ich bin Caillou. Ich denke, was zur Hölle. Alter. Digga, ich bin einfach Bob Ross. Sieht krass. Ich finde das eigentlich ganz nice. Ich hätte die Seiten gern ein bisschen kürzt, aber eigentlich trifft es, ich glaube, gerade mit Hut sieht es ganz gut aus. Was sind denn die neuen Augenfarben? Ein helleres Grün. Das ist nice. Ja, okay, und halt sehr abgefuckter Scheiß. Das sieht nicht normal aus. Ich bleibe bei dem neuen Grün. Ich glaube, das trifft meine Augenfarbe auch ganz gut. Ja, es ist okay. Ich sehe wenigstens anders aus. Abschließend gab es dann noch eine Runde Gruppengymnastik und ich bin mir sicher, das nie wieder zu machen. Für 150 Meilen habe ich das gerade gemacht. Ja, ich mache das nie wieder. An Tag 15 kam Gerd, der Blumenhändler, oder soll ich eher sagen, der Gärtner, auf die Insel. Aber bevor es zu ihm ging, gab es Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel meine Fanpost zu öffnen. Oh, wie süß. Ist Rudi schwul? Oh, eine Glückskatze. Das Ding ist, Gulliver, du könntest sie selbst besser gebrochen erscheint. Und endlich ist mein Gurkenpferd angekommen, Alter. Oh mein Gott. Guckt euch dieses Gurkenpferd an. Mh, saftig. Oh, geil, Golderz. Wie eine Spinne. Das ist nicht dein Scheißernst. Komm schon, Mann. Bitte. Bruder, nein. Das ist so traurig. Alter, was ist diese Kappe? Ist das eine Kappe? Eine Nostalgie. Huttisch. 3800. Ja, das geht ja voll, aber nein, das sieht ultra scheiße aus. Ohne Chips-Tüte, die kann ich meiner Freundin schenken. Ja, nehme ich. Dann hast du mehr auf ihrer Insel zum Verteilen. Und ein Buch über Schmetterlinge. Auch das könnte mir alle gefallen. Ich kaufe es ihr mal. Aber verratet es ihr nicht, ja. Was sind denn die Rübenpreise? 129... Oh, das nehme ich mit, da verkaufe ich. Junge, eine Fenstertapete. Einfach Fenster auf Wisch bestellt. Werter hat mir dann etwas sehr Seltsames anvertraut. Äh, okay, Werter. Ah, Werter hat Flöhe. Let's go. Ein Flö. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe nicht einmal hier irgendeinen Post abgecheckt. Dann holen wir das jetzt mal nach. Ja, okay, wir dürfen das schwarze Brett nutzen. Ja, ja, okay, das ist total wichtig. Gruppengymnastik, bitte erinnere mich nicht dran. Ja, ich hatte Geburtstag am 7. August. Und ihr habt wahrscheinlich vergessen, mir zu gratulieren. Also schämt euch. Okay, am Tag 19 findet also nochmal ein Feuerwerk statt. Um 19 Uhr. Das muss ich mir merken. Ja, okay, der Laden wurde umgebaut, habe ich mitgekriegt. Ja, okay, der Laden wurde wieder eröffnet, habe ich auch mitgekriegt. Und das war's. Okay, ich mache jetzt einen Post. Eine Ewigkeit später. Oh, habe ich das nicht schön gemacht? Ich habe mein Gurkenpferd direkt neben meinem Bett platziert, damit es nach dem Aufwachen das Erste und vor dem Einschlafen das Letzte ist, was ich sehe. Ich liebe mein Gurkenpferd. Außerdem habe ich die 500 Rüben mitgenommen. So, dann wäre ich einmal gerne reich. Ja, Dankeschön. So, Gerd, was hast du denn für mich? Oh, er kauft Unkraut. Oh, okay. Aber Unkraut ist halt trotzdem nicht viel wert. Ja, was hast du denn auf Lager? Das ist ja gar nicht meins. Also Blumen jucken mich halt null, aber ich tue mal so, als ob es mich interessieren würde. Oh, oh, Karo. Oh, oh, okay, dann doch. Ja, Gemüse ist was anderes, ne? Weil das bringt wieder Geld. Ich muss sagen, dass ich auch die Setzlinge hier ganz schön finde. Habe ich auch nochmal fünf mit? Ich meine, ich kann es mir ja leisten, ne? Ach komm, nehmen wir nochmal fünf. Ja, sehr schön. Zeit für den Automaten. Wirklich, warum? Warum ein Tank? Alter, man kann sich einfach ein Breaking Bad Labor machen. Wie krass ist das? Ich habe meinen Kredit auf 100.000 Sternis halbiert und mit Nugmalen Anleitung für die neuen Zäune, einen Gedenkstein, einen Kanaldeckel und eine Spendenbox gekauft. Apropos Spenden. Da ich aktuell noch nicht streame und kein Patreon oder ähnliches besitze, könnt ihr mir nichts spenden. Wie schade. Ihr könnt mich aber dennoch über meinen Partnerlink bei Instant Gaming unterstützen. Bei Instant Gaming gibt es Videospiele in digitaler Form meist deutlich günstiger als bei der Konkurrenz. Beispielsweise kriegt ihr aktuell den ersten Mario & Rabbits Teil fast 70% günstiger und selbst E-Shop-Gutschein oder eine Switch-Online-Mitgliedschaft ist dort reduziert. Ihr zahlt also weniger und ich profitiere trotzdem von euren Käufen. Wahnsinn, oder? Tina kam erneut auf die Insel und diesmal habe ich ihr zwei Shirts, eine graue Jogginghose, ein paar rote Sneaker, einen Filzhut und eine Taucherbrille abgekauft. Wenn ich ihr Business weiterhin so unterstütze, kann sie bald mit Nontendos Lifestyle mithalten. Okay, was ist das? Was ist das? Oh, Alter, was? Eine Moräne. Alter, Moränen sind so ekelhaft. Ich sage nur Mario 64 oder Mario Odyssey. So, und jetzt nicht wundern, ich mache das gerade mit Absicht. Yes. Und zwar wegen dem Achievement, weil ich es einfach haben wollte. Auch wenn es weh tut. Ein Hai, ein Hai, ein Hai, aah. Ja, 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 komm schon, komm schon. Allein und Schiffs, Alter. Junge, Rudi, wie siehst du denn aus? Alter, guckt euch Rudi an. Ja, dieses Sonnenbrille, dieser Trainingsanzug. Alter, Rudi, da werden die Groupies feucht, ich sage es dir. Okay, jetzt wieder der Nervenkitzel. Was ist der Rübenpreis? Okay. Top-Ankauf war heute die Bauklotzanlage, also habe ich vier Stück davon hergestellt. Die gestern gekauften Karotten und Büsche habe ich dann auch mal angepflanzt. Oh, schon wieder Gold. So, was ist das jetzt wert? Ja, ja, doch, doch, doch. Oh, ich kann meinen Kredit abbezahlen. Yeah, Alter, das hat echt lang gedauert. Und was will ich? Ich will anbauen. Natürlich. Oh, Bruder. Ja, ja, komm. Gebt her. Ja, ich habe jetzt mal mein Dach rosa gemacht, auch wenn ich mich eigentlich verklickt habe. Aber, ja, das sollte rosa sein, auf jeden Fall. Ja, okay, jetzt spreche ich das erst mal über KK. Ja, natürlich, KK, die Legende. Ja, okay, wir brauchen mehr Bewohner, ich sehe schon. Ja, Campingplatz, genau. Ja, okay, easy. Habe ich safe alles auf Lager? Ja, dann mache ich das direkt doch mal. Aber ich weiß nicht, dass man mit Golderz eigentlich macht, ne? Aber es ist mir auch egal. Heilige Scheiße sehe ich reich aus. Bruder, was ist das? Warte mal, was? Jetzt sagt ich gleich schnell die ganze Zeit Unfall. Oh, nein. Wofür habe ich denn gerade fünf Golderz ausgegeben, Alter? Alter, das ist doch dumm. Hey, ich sehe so heftig aus. Leute, bewertet meinen Baywatch-Moment. So, genug Schabernack. Ich habe den Campingplatz am Strand platziert und mich mal wieder vernünftig angezogen. Neue potenzielle Bewohner können also ab morgen als Besucher am Campingplatz hausen. Am Automaten habe ich dann noch meine Habgier freien Lauf gelassen. Also das Übliche. Beenden wir den Tag lieber mit einem epischen Fang. Oh, 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 oh. Äh, mein Dicker. Was ist denn hier los aktuell? Junge, was bist du? Guck dich an, Alter. Cool. Es kam Post von der Akademie des schönen Hauses und Berta. Und als hätten sie sich abgesprochen, passen die beiden Geschenke wie die Faust auf den Like-Button. Alter, eine Luxusbadewanne und eine Toilette. Ey, ich mache mir natürlich ein Bad. Und das Bad ist hier links, okay. Ja, es sieht nicht aus nach einem Badezimmer. Aber das können wir ja ändern. Das vorher erst fertige Badezimmer sah dann so aus. Alter, das sieht ja mal übel gut aus. Ich kann nicht ba... Jetzt erzähl mich, dass ich nicht baden kann. Erzähl mir nicht, dass ich nicht baden kann. Bro, wofür habe ich hier eine Luxus-Badewanne? Wofür habe ich heißes Wasser eingelassen? Ja, ist klar, aber die Toilette kann ich benutzen, oder was? Ach, Bruder, das ist doch scheiße. Lass mich raten, auch das kann ich benutzen. Natürlich. Aber die Badewanne nicht. Nintendo, was soll das eigentlich? Gut, wenn ich also nicht mal in die eigene Badewanne darf, suche ich mir eben eine Alternative. Junge Johannes schon wieder. Mit Speck fängt man bekanntlich Mäuse. Außer es sind vegetarisch lebende Mäuse. Mann. Ja, und was ist mit dem Fall, dass es vegetarischer Speck ist? Hast du mal daran gedacht? Öh, was ist das denn? Fangschreckenkrebs. Öh, was ist das jetzt? Ein Meerstrudelwurm. Meer, Strudel, Bruder. Je mehr, desto besser. Ihr wisst Bescheid. Alter, was geht hier ab? Oktopus, auch ganz komische Viecher. Und ein Seeigel. Ja, den kann man auch gut anfassen, glaube ich. Schön streicheln. Oder was ist das schon wieder? Ein Griffel-Seeigel. Okay. Und ein Röhrenaal. Das wird jedes Mal ekliger, ohne Spaß. Aber kommt schon, auch so eine Gasami-Krabbe. Das ist doch einfach eklig. So, guck mal, wie zappeln die denn? Das ist doch ekelhaft. Nein, die haben auch noch so scheren. Das ist doch... Öh, öh. Oh nein, aber was denkt Pamela nach? Hallo, sie hat was verloren. Ja, ja, komm, ich find die schon. Weil ich bin ein Ehrenmann. Ach ja, das ist übrigens der Campingplatz, aber egal. Du musst jetzt Pamela helfen. Oh, was ist das heute für ein Glück einfach? Ein Waschbecken, ey. Ich brauch natürlich auch noch ein Waschbecken. Das kauf ich auch direkt. Und das ist halt auch sehr cool. Aber ich denke mal, es ist teuer. 10.000. Nein, nee, 10.000 nur. Ey, easy. Und eine blau-weiße Fliesenwand. Ey, heute ist einfach der Badezimmertag. Jetzt muss ich Pamela helfen. Hab's gefunden. Pamela, hallo, hallo, hallo. Hier, bitteschön. Schon wieder Klamotten, Alter. Ich krieg zu oft Klamotten. Arbeitsuniform. Guck mich an. Sehe ich aus, als ob ich arbeite. Vor allem, das ist auch noch richtig beschissene Arbeitsuniform. Ich seh aus wie so ein Klempner oder so. Bei Aziza hab ich dann noch zwei Teppiche gekauft und als Treuebonus eine Tapete obendrauf geschenkt bekommen. Nach den üblichen Geschäften, ihr wisst schon, so normalen Bewohner-Sachen wie Steine schlagen, gießen oder Geldwäsche bei Nepp und Schlepp betreiben, hab ich dann das Badezimmer nochmal verschönert. Das ist auch stark. Aber das passt halt mehr zur Badoptik. Plus, das hat ein Fenster. Was ist denn der Tropic-Teppich? Ah, der ist doch ein schöner Badteppich. Und der rot-blau Karo-Teppich? Ja. Ne, der andere. So, ich würde sagen, mein Badezimmer ist fertig. Und es ist auch wirklich, wirklich schick. Heute gab es den ersten Camper auf Schneiland. Ingo, du bist hässlich. Ich weiß nicht, soll ich den aufnehmen? Äh, ja, okay, zieh hier. Scheiß drauf. Ja, okay, dann wohnt jetzt wohl Ingo ab sofort hier. Aha, okay, Tina zieht also auf die Insel. Das finde ich sehr gut. Mach hier mal deinen Laden auf. Ja, ja, mach du mal hier deinen Laden auf. Okay, die Pilotenbrille ist aber schick, die will ich haben. Ja, und die, äh, Pantoiletten, was auch immer das ist. Ja, save. Mein Planschbecken, Alter. 3000 Grad mal. Ey, nimm mich mit. Fucking Planschbecken, geil. Und drüben Preise, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, 138, scheiße. Egal, egal. Passt schon, passt schon, alles gut. Am Automaten habe ich Meilen gegen ein Meilenticket und Anleitung für den Weltwegweiser und den Grundwasserbrunnen eingetauscht. Meinen Kredit habe ich auf 450.000 Ständis reduziert. In einem Gespräch mit Nuk ging es dann, neben weiteren privaten Gesprächen, über welche ich laut meinem Anwalt nicht sprechen soll, um Ingo und weitere zukünftige Einwanderer. Deshalb hat ihm ein Hausbau-Kit überreicht, welches ich neben dem Museum platziert habe. So, da wird es noch wieder Zeit für ein Meilenticket. Ich habe gerade nicht wirklich ein Hai entgehen lassen, oder? Oh mein Gott, Alter. Bye-bye. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh Mann, ist dieses Scheißding auch noch weggeflogen. Alter, das ist doch nicht wahr. Was ist denn heute los? Komm schon, einmal Glück haben. Ach, verfickte Scheiße. Ja, irgendwie war heute der Wurm drin. Ähnlich wie im Wasser, wenn ich meine Angel reinjiete. Zu Hause habe ich dann nur noch meinen Loot verkauft und den Tag beendet. Für heute war das große Feuerwerk um 19 Uhr angesagt. Leider hat Melinda Corona gekriegt und das Event ist ins Wasser gefallen. Ähnlich wie der Köder beim Angeln. Nein, Spaß beiseite. Junge Melinda, wie siehst du denn aus? Ja, Feuerwerk, gleich 19 Uhr. Genau, und Ingo ist jetzt eingezogen. Finde ich okay. Bevor es losging, habe ich mich noch um die tägliche Drecksarbeit gekümmert. Was tut man nicht alles für eine saubere Insel? Und Geld. Okay, ist es soweit? Wow, wow, schön. Gibt es jetzt eigentlich einen Grund hierfür, oder ist es einfach so immer im August? Aber cool. Feuerwerk. Gut, reicht dann auch? Oh, ein Hai, ein Hai, ein Hai, ein Hai. Ah, bitte nicht diesmal verkacken. Ich bin doch so ein Vollidiot, hä? Ey, komm schon. Aber das Zeitfenster ist doch echt fies. Digga, ich habe gerade zwei Haie hintereinander verkackt. Also ja, der andere war gestern, aber... Okay, nochmal einer, Digga, was habe ich für ein Glück? Bitte kein Schiffshalter, bitte kein Schiffshalter, komm schon. Ja, na also, das ist etwas Großes. Let's go, let's go. Was, dieser Mondfisch ist nur 3200 wert? Ich bin enttäuscht. Verkauft habe ich natürlich trotzdem, denn wie heißt es so schön? Wer den Sterni nicht ehrt, ist die goldene Yacht am Hafen der Privatinsel nicht wert. Von Melinda habe ich dann anlässlich des Feuerwerks sogar noch eine sehr interessante Kopfbedeckung geschenkt bekommen. Und auch Rainer war am Start und hat schon wieder versucht, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Digga, Rainer will mich schon wieder abziehen. Ja, ich mach mit. Hier, nimm 500 Sternis. Eine wundertolle Rot-Wunderkerze. Cool. Ja, komm nochmal. Melonenzuckerwatte. Was? Ja, komm noch einmal. Ich will irgendwas Cooles gewinnen. Ein rosa Ballon. Cool. Nee, das ist auch möglich. Ich will was Gutes haben. Komm schon. Ein Limo-Stieleis. Ach, das klingt nicht so toll irgendwie. Aber ich will, was weiß ich, gib mir noch einen Bio-Reaktor. Meine blaue Wunderkerze. Ach, komm halt die Fresse. Rainer, du bist einfach scheiße, wirklich. Yeah. Wow, eine Wunderkerze. Ja, das war es dann auch wieder. Was ist denn mit dem Ballon? Ich hab einen Ballon, cool. Auch der bringt mir eher recht wenig. Aber ich freue mich natürlich drüber. Ja, stimmt, was ist das hier eigentlich? Digga. Das ist hier los. Mein Nuck, so ein Hustler. Alle draußen am Feiern. Kann aber eher natürlich trotzdem am Ackern. So, dann einmal den Bretterzaun, bitte. Den hab ich noch nicht. Und der Steinbogen. Und nochmal 100.000 in den Kredit. Unser Image gehört aufgewertet. Bro, guck mich nicht so böse an. Alles gut. Die gute Melinda erzählt dem mehr. Ja, aber die ist schon wieder am Feiern. Die macht ja nix. Ja, das Insel-Image muss ich aufwerten. Genau. Ich glaub, ich brauch nämlich drei Sterne. Oder war das... Nee, das war nicht für KK. Das war doch eigentlich fürs Terraforming. Egal, das Image muss aufgewertet werden. Ist schon klar. Ja, gut, dann muss ich wohl morgen mit Melinda reden. Wenn die in Rausch ausgeschlafen hat. Ein Koi-Karpfen. Oh, die sind teuer. Die sind teuer. Aber ich muss erst mal spenden. Oh, oh, oh. Groß, 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 groß. Ja, ein Arapeimer mal wieder. Schön. Schön. Wirklich Arapeimers und ich einfach best friends. An Tag 20 hat es geregnet, wogegen ich nichts einzuwenden hatte. Immerhin musste ich dadurch nicht gießen. Oh, eine Schnecke. Schnecke. Junge, ich liebe Rudi einfach. Guckt ihn euch an. Einfach Partnerlook, yo. Weißt du was? Dafür schenke ich dir was. Ich weiß doch noch nicht was, aber... Ähm... Mein Barsch. Eine Kittelschürze. Willst du aber jetzt sagen, dass ich in die Küche soll? Egal, danke. Ich bräuchte mal irgendeine Ablage wieder. Das wäre ganz praktisch. Ja, der Automat. Hm. 64.000. Ja, komm, scheiß drauf. Aber jetzt wird es natürlich auch mal Zeit, die Schneiderei abzuchecken. Schneide in der Schneiderei. Also eine Schneiderei. Hm, 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 hm. So ein Judo-Kampfanzug sieht auch krass aus. Vor allem schwarzer Gürtel. Ich bin sehr gefährlich. Ist gekauft. Er hat auch die Brille. Selbstverständlich. Und was denn mit den weißen Sneakern? Ja, komm auf. Aber es sieht geil aus. Ja, so ein paar Flip-Flops dazu. Auch safe. Made-Costume auch nicht schlecht. Aber das ist doch nicht ganz so mein Stil. Ja, kann man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Aber ich sehe halt schon sehr sick aus. Pamela, du siehst auch wild aus. Oh, ich schenke dir sogar Äpfel. Und Gerd, was hast du denn heute auf Lager? Ja, Kartoffeln habe ich selbst. Der Rest hat sich, glaube ich, nicht verändert. Deswegen, äh... Ja, sorry, nein. Ich werde es noch bereuen. Ich werde richtig viele Blumen brauchen für meine 3-Sterne-Insel. Aber egal. Aktuell echt kein Interesse. Ah, schön zu sehen, dass Melinda sich ausgekatert hat. Das Insel-Image, wie sieht es denn aus? Ich tippe mal auf 2 Sterne. Digga, was für ein Stern? Welche Ruhe? Wer bewertet das? Auf der ganzen Insel gibt es keine Gespenster. Ideal für freie Geister wie mich. Da hat man Platz. Äh, okay. Das war's. Das war's. Ein Stern, weil es hier keine Gespenster gibt. Entschuldigung. Gut, mehr Bewohner, alles klar. Gute Publicity. Halt deine Fresse. Alles Paletti, alles Paletti, super. Erstmal Frust shoppen. So, nochmal 50.000 einzahlen. So, Digga, es ist ja nicht mal jemand da. Ich könnte überhaupt keinen auf die Insel holen. So, wisst ihr was? Ich mach mich jetzt vom Acker. Ah. Quell, Jungfer, Quell, Jungfer. Hier. Nein. Bleib jetzt hier. Yes. Alter, die sind so schnell, ne? Oh, noch eine, noch eine, noch eine. Bleib hier. Nein, nein, nein. Nein, Junge. Wo ist sie hin? Hallo. Bro, die kann nicht verschwinden. Hier ist sie, sie ist. Nein, Junge, bleib hier. Alter, du Mistfie. Bleib jetzt hier. Ja, 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 ja. Yes. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel die wert ist, aber es ist halt sauernervig, die zufangen. Schon wieder eine, Digga. Was ist heute los mit Libellen? Nein, nein, nein. Bleib hier, bleib hier. Oh, Bruder. Ja, 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 ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Yes. Leider hatte die Insel ansonsten nicht wirklich etwas zu bieten. Ja, nee, das war echt nicht so. Das war aber egal. Immerhin konnte ich das gewonnene Unkraut neben einigen weiteren Büscheln, welche ich noch auf Lager hatte, zum doppelten Preis bei Gerd verkaufen. Und ich finde heute, am letzten Tag dieser Folge, wurde es endlich mal Zeit, Havis Insel zu besuchen. Selbst auf meinem ehemaligen privaten Spielstand habe ich sein Fotostudio nie besucht. Daher war alles daran blind für mich. So, dann mal gucken, was es hier gibt. Okay, okay, hier ist Havis. Aber ansonsten gibt es irgendwie nichts. So, mein Freund, was geht? Okay, dann gucken wir mal, was er zu bieten hat. Ah, eine Casting-Couch, sehr gut. Leute, ihr müsst wissen, ich habe das Geld wirklich nötig. So, was gibt es hier drüben? Okay, ein weiterer leerer Raum. Ja, komm, machen wir mal hier was. Machen wir mal hier was. Warum eigentlich nicht? Ja, das ist schon sehr schick. Okay, das gefällt mir noch besser. Ja, das ist auch interessant. Und ja, auch das finde ich ganz gut. Aber es reicht jetzt noch langsamer. Oh, was ist das? Oh, was? Man kann Poster drucken lassen und die dann verkaufen. Okay, okay, okay. Ja, tatsächlich. Das ist ja geil. Ja, komm, ich muss meinen Bro unterstützen. Und Flora. Ja, komm, auch Flora. Das ist sweet. Zum Abschluss hat er dann ganz schnell die Einweihung der Schneiderei zelebriert. Und das war der 20. Tag in Animal Crossing New Horizons. Schaut euch hier gerne mein letztes Video an, in dem ich die schwerste Breath of the Wild-Mod jemals gespielt habe. Danke fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video.